Held, willkommen. Wen möchtest du kontaktieren? Ich will... Äh, Aris. Aris ist die Quest. Wer wagt des Zeugs mächtiges Pantheon herauszufordern? Ich. Ha, du würdest keinen ehrenhaften Kampf erkennen, selbst wenn du dir daran unterliegst. Beweis deine Ehre, nimm meine Lieblingswaffe. Mach dich breit für den Kampf. Hallo, ich kann doch gar... Nein. Das wird natürlich geschehen. Ha? Muss ich jetzt gegen dich... Ich muss nicht gegen dich kämpfen? Pfff, noch moge lecker.